Musik Hallo Leute, ich habe heute mal einen Kendall Jenner Look für euch. Ich weiß, ich bin zwar keine Brunette, aber mir hat der Look so gut gefallen, als ich ihn auf Instagram gesehen habe, dass ich ihn unbedingt mal nachschminken wollte. Und wenn euch interessiert, wie ich das Make-up gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Viel Spaß! So, ich fange heute mit diesem Primer hier von Bioderma an. Und zwar ist das der Hydrabio Perfektor und den trage ich jetzt erstmal ins ganze Gesicht auf. Dann trage ich von Maybelline die Foundation Dream Saturn Liquid in der Farbe 20 Cameo auf. Dafür verwende ich diesen Stippling Brush von VH Cosmetics. Musik Dann verwende ich von Catrice die Liquid Camouflage in der Farbe 01 und die trage ich jetzt einfach so in Dreiecksform unter meinem Auge auf. Musik Und ein bisschen auf meinen Nasenrücken, Kinn und hier auf der Stirn. Und das Ganze verblende ich jetzt mit meinem Beauty Blender. Musik Dann fange ich jetzt mit den Augen an und da benutze ich zuerst von NYX oder NYX den Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk und den trage ich jetzt erstmal auf mein gesamtes bewegliches Lid auf. Musik Als nächstes verwende ich jetzt aus der Zoeva Palette und zwar ist das die Nude Spectrum. Ähm, diesen New Tone hier oben als Transition Color. Musik Als nächstes funktioniere ich ein Bronzer als Lidschatten. Und zwar benutze ich diesen Maybelline Yarder Dream Terra Sun Puder. Das ist die 02. Und genau, damit gehe ich jetzt einfach nochmal in meinen Außenwinkel. Und übrigens habe ich jetzt die ganze Zeit von Zoeva den Lux Crease Blending Brush benutzt. Damit gehe ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen in den Außenwinkel, um das Ganze halt so ein bisschen gold, bronzy aussehen zu lassen. Musik Musik Als nächstes benutze ich jetzt die Sleek Oh Natural Palette und daraus verwende ich diesen schönen Kaki Ton hier unten und den gebe ich jetzt auf mein gesamtes bewegliches Lid. Den trage ich jetzt einfach mit dem Finger so gleichmäßig drauf. Musik So, um den Übergang jetzt noch ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen, verwende ich jetzt hier nochmal diesen Orangeton und gehe damit nochmal ein bisschen in meinen Außenwinkel. Musik Und damit verblende ich das Ganze quasi nochmal so ein bisschen und mache das halt so ein bisschen smoky. Musik So, als nächstes verwende ich diesen Champagner Ton hier oben. Und den trage ich jetzt einfach in die Mitte von meinem beweglichen Lid auf und ein bisschen in den Innenwinkel, um das quasi so ein bisschen zu highlighten. Und dafür benutze ich hier so einen kleinen Pinsel von Zoeva und zwar ist das die 238. Musik Als nächstes verwende ich dann so eine Mischung aus dem Kaki und diesem Lid. Dunkelbraun und konturiere quasi mein Auge da ein bisschen und trage das hier unten unter der Wasserlinie auf. Und dafür verwende ich von Zoeva die 230. Musik 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 Dann verwende ich einen schwarzen Kajal und zwar habe ich jetzt hier einen von der Marke Lollipops. Das ist so ein ganz normaler schwarzer Kajal und damit umrande ich jetzt quasi meine ganzen Augen. Also einmal oben und unten auf der Wasserlinie. Musik Und als letztes verwende ich dann nochmal der Glamour Doll Mascara von Catrice und trage die einfach nur ohne alles auf, weil man will quasi jetzt nicht, dass die Wimpern im Vordergrund sind, sondern die Augen. Und deswegen benutze ich jetzt diesmal auch keine Wimpernzange, sondern tische die einfach nur, damit die Augen noch ein bisschen dunkler werden. Musik So, ich habe jetzt einfach meine Augenbrauen wie immer gemacht. Das Video dazu findet ihr auch noch mal in der Infobox. Zum Konturieren verwende ich wie immer die Prime & Fine Palette von Catrice in der Farbe 010. Und damit das alles so ein bisschen natürlicher wirkt, verwende ich den Pinsel 101 von Zoeva. Genau, ich mache das jetzt sehr natürlich. Das soll halt nicht so stark sein, weil das Augenmakeup ja schon sehr extrem ist. Und deswegen konturiere ich halt einfach nur so ein bisschen meine Wangenknochen und verblende das halt alles schön. Damit das Gesicht halt einfach so ein bisschen konturiert ist, aber wie gesagt nicht so ein Extremes. So ein bisschen gebe ich auch immer auf meine Nase, damit die einfach so ein bisschen gebräunt aussieht. Und natürlich immer meine Stirn. So, um meinem Gesicht dann noch so den gewissen Glow zu geben, verwende ich den Benefit What's Up Highlighter. What's Up? What's Up Highlighter. Und genau, das ist so ein schöner Permut Gold Schimmerton und der passt halt perfekt. Der ist halt so ein bisschen natürlicher. So, den trage ich jetzt einfach hier so recht grob auf. Und verblende das Ganze dann einfach mit meinen Fingern. Auf meine Lippen trage ich jetzt von Too Faced einen Stift und zwar in der Farbe Nude Beach. Und darüber trage ich noch diesen Lipgloss von J-Cat in der Farbe 105 auf. So, ich hoffe natürlich der Make-Up Look hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020